Was ist Diebold-Nixdorf? Diebold-Nixdorf ist ein Name im Retailing, es ist unersetzlich. Seit Jahren wirklich auf die Spitze von Lösungen, Technologien etc. Wir haben eine Möglichkeit mit der Vice President for Retail von der Firma zu reden. Herr Högl, was macht ihr immer ganz oben dabei zu sein? Auf der einen Seite ist Diebold-Nixdorf ein innovationsgetriebenes Unternehmen. Wir sind weltweit die Nummer 1 in Checkout-Lösungen, in Self-Service-Lösungen. Wir haben auf der einen Seite das ganze Thema Store Revolution ins Leben gerufen und haben auf der einen Seite hier den Kunden in den Mittelpunkt gebracht, wo wir sagen auf der einen Seite Connected-Commerce-Lösungen, auf der anderen Seite das ganze Omnichannel-Thema miteinander zu verbinden. Ich will nicht so viel Zeit von Ihnen nehmen, es geht hier los. Warum seid ihr Aussteller auf der Euroshop? Warum ist das für ihn wichtig? Auf der einen Seite ist die Euroshop eine der innovativsten Messen, die es im Handel gibt. Wir brauchen die Kunden auch hier auf der einen Seite um unsere Lösungen zu präsentieren, auf der anderen Seite gibt es hier die Möglichkeit die Exponate auch anzugreifen, sie auch vorzufühlen, zu sehen und natürlich auch die Innovationen mit den Kunden zu besprechen, die sozusagen den Checkout zum Beispiel der Zukunft erzeugt. Sie sind befreit, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, danke.